Eine neue Folge Game Boy Time steht an und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge und ganz herzlich begrüße ich auch die Rennspieler der Serie Need for Speed. Denn das ist heute unser Thema, Need for Speed, ein Rennspiel für den Game Boy, das ist auch mal ganz was Neues, naja neu ist es nicht, gab es ja auch schon auf den etwas anderen Handheld-Konsolen noch vor dem Game Boy, ich glaube aber nicht, sondern so die diese komischen Fake Game Boys, aber das waren dann nicht so richtige Grafiken wie beim Game Boy Advance. Denn wir spielen heute den Teil Need for Speed Underground, ja der erste Teil der Underground-Serie. Viele sind ja, man muss das ja sagen, viele sind ja die Fans, sind ja Fans von Need for Speed Underground 2 und das bin ich ja auch. Ich selbst besitze ja auch Need for Speed Underground 2 für den PC, hab die PC-Version immer gern gespielt und wir spielen den ersten Teil von Need for Speed Underground, also von Need for Speed Underground, also den ersten Teil. Es gibt ja derweil auch schon seit einigen Wochen der neueste Teil von Need for Speed, soll sich angeblich dem Underground 2 nähern. Viele haben sich ja gewünscht, es sollte mal so ein Remake von Need for Speed Underground 2 geben. Da konnte man viele Sachen machen, man konnte durch die Gegend fahren, was weiß ich was und natürlich auch andere herausfordern und vieles, vieles mehr. Ist halt natürlich nicht so. Ich hab das neue Need for Speed leider noch nicht gespielt, aber wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, werde ich das mal spielen und dann mal auch viel sagen. Spielerisch orientiert sich das Game natürlich unter anderem ja an den Film The Fast and the Furious. Der siebte Teil ist ja jetzt schon lange draußen und so gibt es auch die meisten der nutzbaren Fahrzeuge sind vom ostasiatischen Herstellern, also beispielsweise Nissan oder so oder Toyota beispielsweise und im Vergleich zum Vorgänger damals Need for Speed Hot Pursuit 2 gab es, gibt es einige deutliche Änderungen, beispielsweise finden alle Rennen nur in der Nacht statt, außerdem gibt es keine Polizei. Das Rennen findet jetzt in einer fiktiven Stadt statt, so kann man das sagen und diese Stadt hat zwar ein ausgestattetes Straßennetz, ist aber nicht frei befahrenbar wie bei Need for Speed Underground 2. Hier seht ihr das beispielsweise, das ist ein Screenshot davon, unter anderem vom Gameboy Advance. So gibt es beispielsweise neben dem klassischen Rennmodus wie Rundkurs und Sprintrennen mit unterschiedlichen Start- und Zielpunkten auch Drift und Dragrennen. Also Driften, da muss man ja dann im Wagen so ein bisschen driften, dafür kriegt man Runden und Dragrennen, das sind ja da, wo man richtig schalten muss, das ist richtig kompliziert, denn das Dragrennen, das konnte ich nie, das konnte ich selbst auf Underground 2 nie so richtig. Auf der Konsole, ich habe es damals das erste Mal auf dem Gamecube gespielt und das konnte ich damals noch nie so richtig spielen. Also ich habe wirklich so gedacht, naja, lasse ich dann lieber auf dem PC, ging das irgendwie so einigermaßen und es hat funktioniert. Finde ich echt gut und toll. Ja, natürlich ist auch eine Neuerung beispielsweise die Tuning-Möglichkeiten, die gab es dann hier ab Underground, dass man dann aus einem normalen klassischen Wagen dann richtig Tuning tunen kann, beispielsweise besserer Motor rein und so weiter, auch das Aussehen konnte man dementsprechend umändern. Das Ganze erschien 2003 erst für die Playstation 2 und für die Gamecube, so für die Xbox. Das Ganze wurde als erstes natürlich am 17. November in den USA veröffentlicht, Europa kam am 28. November dazu und Ende 2003, Anfang 2004 kam das Ganze dann aber auch für den Gameboy Advance raus. Hat man sich gedacht, so ein Rennspiel natürlich dann auf den Gameboy Advance zu bringen. Da hat man glaube ich ein bisschen die Brechstange mit reingenommen. Ich habe vorhin geprobt und naja, ich muss mal so viel sagen, da hat man wirklich versucht die Brechstange mit reinzunehmen, denn was man da eigentlich sehen kann, wenn ihr das dann gleich seht, ich glaube da wird vom verpixelten dann irgendwie was weiß ich was übrig bleiben, aber versucht mal ein bisschen was zu erahnen. Außerdem könnt ihr dann natürlich, wenn ihr sagt, okay, ich möchte das Ganze selbstverständlich selbst auch mal spielen, dann habt ihr auch die Möglichkeiten dazu und zwar nämlich werden wir dann gleich am Ende dieser heutigen Ausgabe dann natürlich auch nochmal zeigen, wo ihr das dann bei Amazon bekommt. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Das Ganze ist natürlich klar, ist von EA Games, von Electronic Arts und ja, da wollen wir auch mal langsam einsteigen in dieses Spiel. Ich muss noch die Tonspur des Betriebssystems einschalten, damit man auch was hören kann und wir starten direkt sofort durch. Unter anderem möchte ich gerne mal sagen, hier kann man natürlich, wenn man es direkt einstellt, sieht es auch ein bisschen so aus wie, wie soll ich sagen, wie so ein kleiner Gameboy, da sieht man ja B und A. Man kann sich natürlich entscheiden zwischen Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Wir nehmen natürlich Deutsch, drücken auf A-Sprache ist gewählt und dann natürlich kommt auch EA Games, Challenge Everything, kennt man ja, EA Games, Challenge Everything und dann puh. Ja und hier steht die öffentliche Mitteilung, Spiel kann diesen aussehen, Leistung, realen Wagen bla bla bla, also sprich, ihr müsst wissen, die Leistung des Wagens und so weiter ist dann natürlich nicht so richtig. Schauen wir uns mal das Intro an. Also hier sehen wir das Intro, wo man natürlich diesmal sehen kann, man kann den Wagen schön optisch tunen und natürlich auch technisch tunen, also sprich, bessere Möglichkeiten. Das war natürlich dann auch die Möglichkeit, die dann Underground dann möglich gemacht hat. Bei Underground 2, wie man ja schon weiß, wenn ihr es natürlich gespielt habt, wenn ihr das immer noch spielt, so wie ich, also ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr gespielt, denn auf meinem Laptop mit Windows 7 schmiert das mal ab und zu mal ab. Ich bin ja auch schon ein bisschen ulkig, aber naja, und da sehen wir es. Need for Speed Underground 1, ne, also hier sieht man es beispielsweise und man hört auch ein bisschen, ne, die Mucke im Hintergrund. Und ich hoffe jetzt auch wirklich nicht, dass ich dadurch, dass dann dieses Video, also diese Ausgabe durch die GEMA gesperrt wird. Nochmal müssen wir uns das nicht angucken, müssen einfach stumpf auf Start drücken, geben dann natürlich auch unseren Namen ein. Natürlich klassisch wie immer, ne, natürlich Waldi. Oh, guck mal, passt geradewegs. Jetzt habe ich mich Wald genannt, ne. Ja, ist auch ein bisschen komisch. Spielsprache, mitwirkende Profilsprecher, Profil löschen, ja. Profil gelöscht. So, dann geben wir es nochmal ein. Ja, dann kann man das natürlich machen. Mit dem Steuerkreuz selbstverständlich alles aussehen. Mit A bestätigen. Mit Start ist natürlich klar, kann man das dann auch offiziell bestätigen. Dann haben wir natürlich Quick Race, Go Underground, Mehrspieler-Modus. Beim Game Boy Advance natürlich dann mit Link-Kabel. Natürlich kann man seinen Wagen tunen. Und natürlich die klassischen Optionen. Wir gehen mal ins Quick Race rein. Haben natürlich dann den Rundkurs, den Sprint, Drag oder Drift. Ich mag am liebsten den Sprint. Und es geht sofort los. Ihr könnt euch jetzt ein Auto raussuchen. Wir haben hier natürlich Ford. Wir haben Subaru. Wir haben Nissan. Leider ist der Wagen gesperrt. Der 350Z, mein Lieblingswagen. Ein Honda, der ist auch gesperrt. Der Akura, Mitsubishi haben wir auch. Honda, der VW Golf mit seinen Abgaswerten und so weiter. Also hier sind einige Wagen wirklich gesperrt. Auch der Skyline, der natürlich sehr berühmt ist in der Need for Speed Serie. Der ist halt natürlich noch nicht verfügbar. Jetzt müssen wir natürlich auch mal gucken, welchen wir nehmen. Da haben wir Mitsubishi Eclipse und den Toyota Elysia. Dann nehmen wir einfach mal den Ford Focus. Den wählen wir natürlich. Und jetzt müssen wir natürlich hier sehen, Rennsteuerung automatisch. Die Schwierigkeit machen wir mal auf leicht. Muss natürlich auch mal sein. Und gehen wir natürlich auch weiter. Dann können wir uns auch Strecken aussuchen. Liberty Gardens, Broadway, First Avenue, Truck Stop 7 und so weiter. Wir nehmen einfach mal die erste Strecke. Das ist nämlich Liberty Gardens. Und wir müssen jetzt mit A Gas geben. Das war jetzt ein Fehler. Und natürlich auch hier sehen wir, es gibt auch Gegenverkehr. Und das ist auch hier, finde ich, ein bisschen schwer zu sehen. Uiuiui, jetzt habe ich gedriftet. Ist das natürlich auch ein bisschen schwer, das Ganze zu machen. Selbstverständlich, denn es ist alles so verpixelt. Das ist natürlich jetzt so eine, ja nicht eine Änderung, aber das ist natürlich so eine Schwierigkeit. Dass man das halt natürlich mal, jetzt versuche ich mal ein bisschen meine Klappe zu halten. Weil ich muss ja auch irgendwie versuchen, die Musik im Hintergrund natürlich auch nicht laufen zu lassen. Weil sonst hat man dann natürlich das Problem, oder habe ich dann das Problem, dass ich dann natürlich nicht dieses Video gesperrt habe. Ich bin nur dritter geworden. Das waren die Sprintrennen. 1 Minute 50, also plus eine Sekunde, sagen wir es mal so. So war das dann natürlich. Wir stellen dann auch mal, ich merke auch gerade im Hintergrund, da ist auch dementsprechend, hört man das auch noch, das Knicken. Dafür möchte ich mich auch noch mal kurz entschuldigen. Also das Knicken kann ich jetzt leider nicht wegmachen. Wir sprechen wir einfach mal mein Profil. Ist jetzt gespeichert wahrscheinlich. Sprache können wir auch noch mal umstellen. Und sonst auch nichts. Na, kommen wir noch mal zurück. Gehen wir dann noch mal in den Rundkurs rein. Und dann nehmen wir natürlich dementsprechend wieder den, ja, den, den Ford Fokus. So, wenn man nur zwei Runden, bleiben natürlich bei leicht. Nehmen diesmal das Stadion, ne, Stadium. Und jetzt los, damit ich jetzt hier auch so ein bisschen konzentrieren kann. Ist jetzt auch ein Rundkurs, den ich glaube ich auch nur alleine fahre. Kannst du da krank waren? Das hatte man bei Underground Spy Me. Davon nur Taxen. Nur Taxen. Taxis. Da fuhren viele Taxis. Oder wie ist die Mehrzahl von Taxen? Taxi. Taxi, ne? Glaube ich, oder? Aber hier ist es auch schön, dass man hier keine, ähm, wie heißt? Keinen Gegenverkehr hat? Ne? Ah! Stammt, ja. Jetzt bin ich Zweiter. War vorhin noch schön Erster. Ne? Jetzt bin ich wieder Dritter. Was soll das? Man hört auch so schön. Also man muss wie schon sagen, das einzige Manko natürlich für die Rennsportfans ist wahrscheinlich auch nur die verpixelte Grafik verfickt worden. Kann man was anderes sagen? Und zwar nicht verpixelte Grafik und das ist natürlich auch zu sehen. Ihr seht natürlich oben rechts, selbstverständlich, da wo das der ECHO-TV-Logo ist. Äh, oben rechts, oben links. Äh, oben rechts seht ihr die, ähm, an wie vieler Stelle die Position, selbstverständlich. Oben links natürlich die Zeit, wie ich fahre. Unten rechts dementsprechend, ähm, seht ihr unter anderem die, äh, die Geschwindigkeitsanzeige. Und links unter der Zeit seht ihr natürlich mein Nitrobalken. Daher, dass ich... Bäm! Scheiße. Muss ich mal umdrehen. Ah, jetzt bin ich letzter. Dankeschön, lieber Bus. Scheiß Bus, ey. Super. Dann hat der Typ noch auf leicht eingestellt, weißt du, und dann... Und trotzdem mal letzter. Ne, jetzt bin ich dritter. Super. So. War ein bisschen nicht reingekommen. Wahrscheinlich, wenn ihr mal mitbekommen habt, es gab ja auch von Need for Speed ja so Need for Speed Online. Das wurde aber dieses Jahr eingestellt, irgendwann im Sommer, weil das keinen großen Erfolg hatte. Und, ähm, deswegen hat man dann natürlich gesagt, okay, das lassen wir dann natürlich sein und, äh, konzentrieren wir uns dann auch aufs neue Need for Speed. Wahrscheinlich wird es da beim neuen Need for Speed wenigstens Online-Möglichkeiten geben, denn bei Need for Speed Online konnte man unter anderem auch, ähm, wie heißt, äh, online mit anderen Gegnern fahren oder natürlich halt auch mit NPCs, also mit Computern, gesteuerten Rennfahrern. Wie kann man das ungefähr sagen? Ich glaube, ich habe auch noch zwei Rennen eingestellt, ne? Zwei Runden, ja, habe ich eingestellt. Super. So. Ich muss jetzt halt natürlich auch hier aufpassen, dann werde ich endlich erster, wenn ich jetzt hier aufpasse. Aber für mich ist das wirklich zu viel Pixelbrei, aber auf dem Game Boy Advance ist es dann halt natürlich nicht anders geworden. So sieht das aus. 2 Minuten 42 bin ich gefahren, ist die Zeit gewesen, also 1 Minute 21 ist es natürlich so gewesen. Und, ja, das ist natürlich unter anderem das, wie ich das meine. Jetzt machen wir nochmal ein Sprintrennen, dann mache ich es wahrscheinlich auch besser. Nehme ich dafür auch ein anderes Auto, und zwar nicht den Subaru Impreza. Nehme ich jetzt einfach mal. Das Handling ist nicht so gut, ja, dann nehmen wir doch ein anderes Auto und bleiben wir doch beim Ford Focus, ne? Also ich will auch gerne auch noch die anderen Sachen gerne hier zeigen. Die Beschleunigung ist geradewegs auch nicht so schön. Und nehmen wir jetzt mal einfach mal eine andere Strecke. Wir nehmen einfach mal Spillway, ne? Und los geht's. Hier direkt so eine fiese Kurve, das ist schon kacke. Und man sieht deutlich, die anderen Wagen sind ja schon getunt, ne? Also ist auch schon natürlich ein bisschen bitter. So, jetzt mal gucken. Aber wirklich das einzige Manko ist natürlich, ich spiele es auf dem Emulator nicht so richtig, auf dem Game Boy Advance. Und da kann man natürlich auch dann sagen, okay, die Grafik ist so verpixelt. Das ist natürlich geradewegs auch nicht schön. Und dann noch für ein Rennspiel. Also ich kenne Rennspiele für ein Game Boy. Wirklich, die sind deutlich besser. Die sind deutlich grafisch besser gestaltet. Selbst auch nur in dem grün-schwarz, als in dem Uppsala. Ups! Hab ich nicht gesehen! Eieiei. Kommt davon, wenn man zu viel labert. Und das habe ich dann natürlich so halt, die sahen dann besser aus, dementsprechend. Und naja, ist halt dann natürlich auch schöner zu spielen, als natürlich dann jetzt hier. Das ist das einzige Manko dann natürlich an Need for Speed Underground. Aber sonst natürlich werden wir dann gleich mal hier sehen, was es sonst noch so gibt. Denn wir haben ja noch ewig Zeit. Und wie schon gesagt, das Knacken im Hintergrund kommt jetzt nicht. Kommt jetzt nicht von mir selbst, sondern halt natürlich. Ah, das war ich jetzt zweiter. Ah, ich war vierter. Scheiße. Naja, leider gegen die Wand gefahren, weil ich zu viel gelabert habe. Aber was soll's? Das sind die Quick Races. Also da kann man natürlich dann halt auch dementsprechend ein bisschen, ne. So mit meiner, gehen wir mal Go Underground. Und da ist dann, glaube ich, so eine richtige Geschichte sogar auch noch dabei. Also Underground-Modus können wir jetzt neu erstellen. Dann geben wir unseren Namen dementsprechend auch einmal Waldi wieder mal eingeben, ne. Nicht Wald. Und kommen dann hier. Willkommen im Underground-Modus. In diesem Modus steigst du in die Welt der Underground-Rennen ein. Du beginnst als unbekannter Rennfahrer und musst dich die Rangliste der Underground-Rennen geben. Und so weiter. Also das Ganze dann natürlich abläuft bei Underground. Muss natürlich dementsprechend halt gut sein. Du hast wie immer nur die Wagen zur Verfügung, die du auch nur kriegen kannst, ne. Finde ich ja jetzt auch ein bisschen kacke. Nehmen wir mal. Gucken wir mal. Beschleunigung. Er ist der Fokus nicht gut. Aber wenigstens der Subaru. Das Handling ist auch gesorgt. 9000 haben wir. Kaufen wir den. Haben wir jetzt nur noch 1000. Und da können wir beispielsweise auch unseren Wagen tunen. Rennergebnisse. Und so weiter. Wir gehen mal. Ähm. Ja. Haben wir sie. Also ich muss auf 1 natürlich kommen. Bin jetzt natürlich Elfter. Und. Ähm. Ja. Wir gehen natürlich dann jetzt auch. Äh. Können dann natürlich auch dementsprechend die Herausforderung annehmen. Ne. Drücken jetzt auf A. Haben wir beispielsweise jetzt hier gemacht. Rennstartgebühr sind 100. Rennsiegesprämie sind 500. Und hier steht das dann natürlich auch. Ähm. Heraus. Und machen das Ganze dann natürlich. Oh. Drag Race. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Kann ich noch zurück. Nein. Kann ich nicht. Okay. So. Natürlich ist klar. Da müssen wir ein Rennen fahren. Na. Und das ist natürlich dann auch wieder mal. Äh. Geradewegs auch so die äh. Äh. Nicht geradewegs einfach. Natürlich. Jetzt ist es ja hier. Äh. Im Underground Profil. Das bedeutet. Wir werden jetzt hier. Ähm. Dementsprechend ja jetzt auch um die Kohle fahren. Und natürlich. Und natürlich auch um den Sieg. Das ist natürlich auch klar. Und. Äh. Das wollen wir natürlich auch erreichen. Dass wir dementsprechend jetzt auch mal hier sagen wir mal. Groß abräumen. Und natürlich auch groß gewinnen. Und das bei so einer Pixel Grafik. Ich weiß. Wenn es euch in den Augen weh tut. Werde ich das dann an den Klickzahlen sehen. Dann sagen wir so. Oh ne. Es tut weh. Nein. Ich möchte nicht. Aber. Man kann so einiges erahnen. Das Auto beispielsweise ist gut. Aber wenn man halt hier so fährt. Dann sieht man halt diesen Pixel Brei. Ne. Diese Pixel Suppe. Wie ich es gerne nenne. Und. Ähm. Das ist dann halt auch natürlich nicht so schön. Wenn man diese Pixel Suppe so sieht. Das hätte ich mich aber auch beim Fahren konzentrieren. Ich bin jetzt schließlich jetzt ein zweiter geworden. Das ist jetzt auch scheiße. Ne. Und dann sieht man das halt nicht so. Muss man einiges erahnen. So. Bin wieder erster. Aber man kann sich hier. Ah fuck. Scheiße. Bin ich zu weit. Bin jetzt gefahren. Jetzt will ich nicht letzter werden. Das ist auch noch. Ja. Das ist geradewegs ein Sprintrennen sehe ich auch. Das ist nur eine Runde. Ja. Das heißt jetzt muss ich hier mal aufholen. Wird aber nichts. Ich werde nur dritter. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Bin jetzt dritter geworden. Weil. Ähm. Das geradewegs auch nicht so toll ist. Jetzt schauen wir mal. In einem. Ich habe aber trotzdem 500 gewonnen. Weil ich denjenigen der. Den ich herausgefordert habe. Ähm. Natürlich dann auch. Ähm. Quasi gesehen. Sagen wir mal. Äh. Besiegt habe. Deswegen habe ich auch die 500 gekriegt. Sollte es falsch sein. Dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. So. Was ich jetzt auch noch freigeschaltet habe. Ist beispielsweise Leichtbau Level 1. Und Stoßstangen Level 1. Und dann können wir jetzt beispielsweise in Wagen tunen gehen. Dann können wir Wagen auf bewerten. Und dann haben wir natürlich hier. Wir können hier beispielsweise in Aussehen gehen. Wir haben hier Karosserie. Stoßstangen. Was haben wir denn hier so? Werksausstattung ist schon installiert. Dann können wir hier beispielsweise die Sniper reinsetzen. Aber wir haben kaum noch Kohle. Ihr seht 1400. 400. Keine Ahnung. Dollar nenne ich das jetzt einfach mal Geld. Ja. Sind nur da. Deswegen werden wir natürlich zur nächsten Nacht übergehen. Und werden natürlich jetzt erstmal. Ich schätze mal. Jetzt werden wir Chipper mal herausfordern. Ne. Und dasselbe natürlich noch einmal. Und machen hier die Drag-Steuerung auch auf normal. Also jetzt nicht Profi. Sondern ganz normal. Also das bedeutet. Wie jetzt vorhin. Wir starten. Und starten jetzt natürlich auch wieder durch. Oh. Nein. Ah. Fuck it. Super. Also das bedeutet jetzt sind wir gegen ein Auto geknallt. Ne. Schadensmodell gibt es hier auch nicht. Wie ich gerade sehe. hier. Also es gibt hier kein Schadensmodell. Und das heißt. Ihr könnt mit eurem Auto dagegen knallen wie ihr wollt. Das ist ja das einzige Manko. Oder viele haben es ja natürlich. Oh guck mal. Dankeschön. Haben es ja natürlich. Äh. Schade gefunden. Also ich finde es beispielsweise. Find ich es ein bisschen scheiße. Wenn man bei Underground 2 kein Schadensmodell hat. Und dann kann man auch deutlich mal sehen. Wenn man sein Auto mal ein bisschen zu brei fährt. Uh. Schnell der Bus. Das knall ich dagegen. Jetzt. Ähm. Weil ich denke mit dem Schadensmodell. Dass man dann natürlich halt sehen kann. Wie man sein Auto quasi zu Schrott fährt. Das sind ja bei einigen Need for Speed Teilen. Da gab es ja ein Schadensmodell. Und das gab es ja auch so ein bisschen in die Kritik. Dass das so gemacht wurde. Aber. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ob die Kritik auch gerechtfertigt. Äh. Berechtigt war oder nicht. Das kann ich jetzt auch nicht so genau erzählen. Aber. Uh. Ah. Fuuu. Jetzt bin ich letzter. Weil es nur drei sind. Das heißt. Ich müsste jetzt aufholen. Na. Aber es sind zwei Rennen. Also zwei Runden. Also das bedeutet. Ist noch alles offen. Dann. Uh. Das. Ging in die Jose. Ne. So. Das Rennen machen wir dann auch noch. Dann ist auch natürlich Schluss. Dann will ich auch noch ein bisschen mehr zeigen. Denn das ist jetzt quasi der Story Modus. Also. Story Modus. Ich habe mir auch so immer wieder gefragt. Wie will man solche Rennen wie Need for Speed. Beispielsweise auf den Game Boy. Oh. Das war quasi durchgefahren oder nicht. Durchs Auto. Egal. Ich habe mich immer wieder gefragt. Wie will man das natürlich hinkriegen. Ich kann mich noch an ein Game Boy Spiel erinnern. Ich habe das früher immer gern gezockt. Da hat man auch Rennen gefahren. Aber dafür man dann auch in der First Person. Fuhr man da. Also First Person Modus. Erst Person Modus. Fuhr man quasi dort. Dass man dann quasi gesehen hat. Wie man am Lenken war. Oder so. Es gab keine Hände. Oder so. Sondern ganz normal eigentlich nur. Ähm. Wie heißt. Man hat das Auto gesehen. Und natürlich auch die Überholung. Und wenn man gegen was geknallt ist. Gab es natürlich total scharf und alles. Ich weiß leider nur nicht. Wie das Spiel heißt. Weil sonst hätte ich dann gerne. Das euch auch mal bei irgendeiner Gelegenheit. Bei Game Boy Time gezeigt. Also es hat irgendwie was mit. Ähm. Scheiße. Nein nicht mit Scheiße. Sondern mit. Wie schon gesagt. Mit Jeeps zu tun. Ich weiß noch nicht mehr wie das. Verdammt. Dankeschön. Ja. Hab trotzdem jetzt verschissen. Ne. Ist immer wieder so schwer. Bei solchen Spielen sich zu konzentrieren. Ja. Aber ich krieg das wohl glaube ich jetzt noch hin. Ah. Fuck. Ju. Ich krieg das nicht mehr hin. Also zweiter werde ich wahrscheinlich noch. Auch nicht mehr. Ne. Zweiter werde ich auch nicht mehr. Also. Doch. Könnte ich noch werden. Nein. Doch. Zweiter bin ich noch geworden. Oder. Ja. Aber ich habe Klipper nicht besiegt. Und ja. So sah das dann Ganze dann natürlich aus. Ich habe Klipper nicht besiegen können. Klipper schlägt Waldi in einem Rennen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Und. Äh. Deswegen werden wir das Ganze mal. Also geradewegs jetzt nicht so. Geradewegs so schön gewesen. Dann gibt es noch den Mehrspieler Modus. Wie schon gesagt mit dem. Äh. Gambling Kabel. Oder. So. Ähm. Wie man das auch immer mit dem Gameboy Advance halt dann gemacht hat. Konnte man das Ganze machen. Dann natürlich Wagen Tune. Das konnte man dann auch hier machen. Hier nehmen wir beispielsweise. Ja. Hier konnte man natürlich auch nur mit denen. Die man freigeschaltet hat. Kann man natürlich wählen. Und dann dementsprechend Tune. Das ähm. Müsste ich euch jetzt unbedingt auch nicht. Ah komm. Das zeige ich euch jetzt. Dafür nehmen wir uns jetzt mal eine Minute Zeit. Nehmen wir jetzt mal den Fokus. Nehmen wir den jetzt einfach mal zum Tune. Dann verändern wir einfach mal das Aussehen. Wir nehmen einfach mal hier die Karosserie. Nehmen wir Stoßstange vorne. Nehmen wir mal die Sniper. Installieren. Dann ähm. Gehen wir zurück. Stoßstange hin. Nehmen wir. Ja hier ist das Teil gesperrt. War ja klar. Ähm. Seitenschützen. Nehmen wir. Ist auch alles gesperrt. Also ich muss vieles natürlich freischalten. Also so viel freischalten hätte ich mir gar nicht gedacht. Wirklich. Also ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Ich kann halt natürlich nicht so viel ähm. Freischalten wie ich mir dachte. Also das ist natürlich dann auch ein bisschen so. Das Manko an Need for Speed Underground 1. Muss ich das nennen. Nicht 2. Sondern 1. Es ist Need for Speed Underground 1. Ja. Also mein Fazit dazu. Das äh. Ist natürlich dementsprechend so. Wer das natürlich mag. Kann es natürlich auch auf dem Game. Auf dem Game Boy Advance spielen. Wie schon gesagt. Aber wie schon gesagt. An die Pixel Suppe. Da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Ob man das natürlich machen will. Ist natürlich so. Ihr könnt das dementsprechend gerne auch bewerten. Indem ihr es mal einfach in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr das schon mal gespielt. Vielleicht auch nicht. Je nachdem. Und wenn ihr das spielen wollt. Auf dem Game Boy Advance. Ihr habt das Spiel noch nicht. Und ihr wollt es nicht auf dem. Auf einem Emulator spielen. Sondern richtig. Weil ihr ein Game Boy Advance habt. Oder ein Advance SP. Je nachdem. Oder ein Game Boy Micro. Dann könnt ihr natürlich wie immer mal Amazon fragen. Ist natürlich selbstverständlich. Amazon könnt ihr fragen. Und da habe ich natürlich wieder mal was gefunden. Und zwar nämlich. Kann man hier sich natürlich auch aussuchen für was. Wenn ihr sagt. Okay. Ich möchte es eher auf PC, Xbox oder Playstation 2 spielen. Macht es ruhig. Kauft es ruhig. Aber ich habe es ja hier jetzt. Für den Game Boy Advance präsentiert. Hier zeigt man das nochmal. Wie das natürlich dann auch alles aussieht. Und da werde ich auch nochmal kurz den Bereich des Cursors ändern. Da sieht man das dann natürlich. Standard ist natürlich. Klar. Gibt es nur für den Game Boy Advance. Also deswegen. Und 15 gebrauchte. Gibt es ab 1 Euro. Schieß mich tot. Und alle standardmäßigen Sachen. Jetzt nervt ihr nicht. Aber es gibt es natürlich dann. Für den Game Boy Advance. Beispielsweise natürlich. Müsste ich mal gucken. Hier für 4,99. Eine kostenfreie Lieferung. Wie immer. Von den netten Leuten. Von Konsolenkosten. Von Living Games. Gibt es das für 1,99. Und sogar. Im sehr guten Gebrauch. Also 3,99. Zahlt ihr dafür auch. Also entweder hier. Oder hier. Je nachdem. Wie ihr das haben wollt. Gut und sehr gut. Und hier ist es sogar akzeptabel. Von Tayou. Für 5,49 Euro. Insgesamt. Inklusive der 3 Euro. Versandkosten. Also. Können es natürlich sehen. Wir machen das auch mal wieder. Ein bisschen größer. Können wir dann natürlich auch mal drauf gucken. Was das teuerste. Beispielsweise. Das teuerste ist. 18,99. Natürlich. Kostenfreie Lieferung. Da kann man es deutlich. Beispielsweise sehen. Dass es anscheinend dann auch. Gebraucht ist. Aber im sehr guten Zustand. Selbstverständlich. Artikel. In Deutsch. Selbstverständlich. Voll funktionsfähige. Gebrauchbare. Von Fachhändler. Riesenauswahl. Und so weiter. Geht halt um Konsolenkost. Und so weiter. Und so fort. Also wie schon gesagt. Bis 20,19 Euro. Könnt ihr dann natürlich. Dementsprechend halt. Für dieses Spiel ausgeben. Need for Speed Underground 1. Natürlich für den Game Boy Advance. Was jetzt auch schon ungefähr. Man muss fast sagen. Elf Jahre auf dem Buckel hat. In Amerika. Und Kanada. Schon zwölf Jahre auf dem Buckel hat. Soviel dann auch. Für Game Boy Time. Für diese Woche. Gerne. Wie immer. Spiele. Vorschläge. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. In die Kommentare. Aber es wäre natürlich auch schön. Wenn ihr gerne mal mehr Infos. Zur Hardware wissen wollt. Wie ihr natürlich wisst. Wird es. Ja. Wenn wir jetzt nächste Woche. Also jetzt in. Vier Wochen ist Weihnachten. Ne. Also beispielsweise. Dann. Könnt ihr da natürlich. Dementsprechend auch. Eine große Auswahl machen. Je nachdem. Wie ihr das machen wollt. Das sei euch überlassen. Nächste Woche. Dann gehen wir ja so langsam Richtung. Weihnachten. Und. Jetzt natürlich hier irgendwie zu sagen. Schenkt euren. Freunden. Oder so. Ein Game Boy Spiel. Die würden euch hier den Finger zeigen. Also. Den Finger hier. Nicht den anderen Finger. Die anderen. Vier Finger. Ich meine. Einen von dem. In der Mitte. Ja. Nein. Also. Wie schon gesagt. Ähm. Werden wir mal gucken. Was wir beim nächsten Mal machen. Wie schon gesagt. Es ist eine große Auswahl. Deswegen. Richtig gerne darauf hinweisen. Und auch gerne Dankeschön sagen. Fürs Zuschauen. Äh. Natürlich. Gibt's DERCHO TV auch. Natürlich. Neben Let's Plays. Auch in anderen Funktionen. Beispielsweise. Im Bereich. In. Von der. Information. Und zwar nämlich auch mit den. Formaten Update. Update Politik. Update Medien. Update Sport. Und natürlich auch. Mit dem. Format DERCHO TV. Natürlich gibt's auch Let's Play Pokémon weiterhin. Und das natürlich auch. All Must. Jetzt wünsche ich euch. Aber trotzdem noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Wenn. Dann erst nächste Woche. Zu Game Boy Time. Oder. In den nächsten Tagen. Hier auf YouTube natürlich. Alles Weitere natürlich. Wie immer auf YouTube. Auf dem YouTube Channel. Aber alles Wichtige. Wie immer. Auf Facebook. Und auf Twitter. Bis dahin wünsche ich euch auch noch alles Gute. Tschüss.